Im letzten Video haben wir bereits über die düsteren Vorhersagen der Baba Vanga gesprochen für das Jahr 2022. Und nun habe ich mir gedacht, beziehungsweise machen wir es für dieses Jahr genauso wie in den letzten Jahren. Wir machen direkt ein Triplett draus, nämlich als erstes Video die Vorhersagen der Baba Vanga. Als zweites Video, das ist dieses Video, die Vorhersagen von Nostradamus, dem berühmten Astrologen aus Frankreich. Und als letztes nehmen wir dann noch Alois Irlmaier mit ins Boot, ein deutscher Heldseer, der für den Krieg schon einige Sachen vorausgesagt hatte. Also starten wir nun mit Nostradamus und let's go. Nostradamus sagte für 2022 wieder einmal verheerende Vorhersagen voraus, nämlich, dass 2022 gezeichnet sein soll von Hunger und Krieg. Er sagt auf die Frage, ob es überhaupt noch schlimmer werden kann, würde Nostradamus wahrscheinlich mit Ja antworten. Der französische Arzt und Astrologe lebte im 16. Jahrhundert und schrieb Prophezeiungen und Visionen in Gedichtform nieder. Das ist auch wichtig, das wissen viele Leute nicht, dass er das Ganze in Gedichten niedergeschrieben hat. Wenn ihr möchtet, kann ich Übersetzungen diesbezüglich auch einmal vorlesen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr Bock darauf habt. Bis heute fasziniert er damit die Menschen, Mondlandungen, der Einsturz des World Trade Centers im Jahre 2001 und sogar Adolf Hitler. All das hat Nostradamus angeblich prophezeit. Seine Visionen bleiben allerdings immer recht vage, wo viele Leute, die halt relativ realistisch denken, sage ich mal, immer denken, dass das Ganze nicht sein kann. Weil wie kann man am besten Vorhersagen machen, da ziemlich kryptisch, denn das Ganze könnte man dann nämlich eher deuten, als wenn man etwas konkret ausdrückt. Die Interpretationen der kryptischen Zeilen übernehmen Astrologen und geben für jedes Jahr passende Vorhersagen preis. Für dieses Jahr, also 2022, soll Nostradamus nach Interpretationen der Astrologen nur Schockierendes gesehen haben, wie OE24 berichtet. Eine dramatische Wirtschaftskrise soll die Welt in Hunger und Unruhen stürzen. Ist das dasselbe, oder beziehungsweise ist das dasselbe, wie die Baba Wanga gesagt hat? Denn die Baba Wanga hat auch für Jahr 2022 eine große Hungersnot vorhergesagt. Denken sich da die Aussagen, beziehungsweise die Prophezeiungen der Hellseer? Wäre auf jeden Fall heftig. Eine dramatische Wirtschaftskrise. Ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze ausdrücken wird. Könnte es an den Folgen von Corona liegen? Ich weiß es nicht. Was denkt ihr? Die gesamte EU soll zusammenbrechen. Ist das vielleicht eine Folge des Brexits? Frankreichs Hauptstadt Paris soll einer Belagerung erliegen, durch Krieg oder Massendemonstrationen. So ähnlich, wie es damals schon war zur Zeit der Französischen Revolution. Und in Nordkorea soll es zu einem Regimewechsel kommen, nachdem King Jong-un bei einem Unfall sterben soll. Ist sehr interessant, Nordkorea ein Land, was sehr weit in der Entwicklung zurückliegt. Kim Jong-un macht nicht das Beste mit seinem Land dort, auch wenn er das immer sagt. Aber vielleicht kommt ja wirklich was. Wir wünschen keinem einen Unfall, egal was wir von Kim halten. Also ich bin gespannt. Nostradamus Vorhersagen sind aber immer mit Vorsicht zu genießen. Das muss man auch dazu sagen, denn wirklich eindeutig sind die Visionen von Nostradamus nie. Viele von ihnen sind in der Realität nie eingetreten, wie ein vorhergesagter Weltuntergang und ein dritter Weltkrieg. Könnte sein, dass das noch kommt, hoffen wir nicht. Aber das sind Vorhersagen des Franzosen. Ähnlich nebulös und spekulativ sind auch die Vorhersagen von der verstorbenen Bulgarin Baba Vanga, wie ich im letzten Video bereits gesagt habe. Auch in ihren Prophezeiungen steht das neue Jahr unter keinem guten Stern. Was merkwürdig an der Sache ist, ist halt, dass jedes Jahr sowas kommt. Aber wir haben auch seit drei Jahren eine Pandemie, die einfach nicht zu Ende geht. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, wie viel Wahrheit in den diesjährigen Vorhersagen wirklich steckt. Ist ebenfalls richtig. Ich bin da auch mega gespannt. Es wurde auch sowas ähnliches angedeutet, dass Menschen sich verpesten werden. Sind da vielleicht Impfnebenwirkungen oder Nachwirkungen der Impfung mit gemeint? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man ist gespannt. Was haltet ihr von der ganzen Schose? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr freut euch schon auf das nächste Video von Alois Irrmeyer und was er vorausgesagt hat. Mein Name war Freddy. Es wäre echt cool, wenn ihr ein Däumchen nach oben gebt. Das würde mich mega supporten. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ciao.